Ein Block-Base versus ein Chunk-Base Zusammen mit Karlsloh44 Hallo! Mein Name ist Easy Cheesy Und willkommen zu diesem Minecraft-Abenteuer des heutigen Tages Warte, schaffe ich den Pfeil zu treffen? Geh weg da! Oh nein, er hat keinen von uns getroffen Wie schade! Okay, lass mal gucken, welche Base wir nehmen Wir haben hier zwei Bases Eine davon wird richtig hardcore sein Und wir müssen sie schaffen Und die andere ist relativ easy So wie ich halt Ich bin auch easy Du kennst mich, Flo Mein Name ist Easy Okay, komm mit Wir gehen erstmal zu der Block-Base Die Chunk-Base würde ich mir aufheben Die sieht sehr cool aus Das ist die Block-Base Hier ist ein Knopf Die wirkt easy Oh, guck mal, du bist einfach so reingekommen in den Block-Tan Das scheint hier die einfache Base zu sein Flo, wollen wir die Challenge exaktieren? Alter, wie bist du denn da runtergekommen? Okay, ich bin da Checkpoint Okay Irgendwas Äh, warte mal Was ist das denn hier? Nein! Das sind Hardcore-Türen Oh, wir dürfen nicht die falsche Tür Ja, ja Oh, no, 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 no Die hat mir langsam kein Unendlich gegeben Ganz rechts Wie bin ich denn hier bei der gestorben? Die teleportiert mich Das telefoniert mich aber zurück Okay, okay Scheinbar die ganz rechte Tür Äh, Checkpoint Da ist der nächste Checkpoint Das ist die hier Nee, irgendwie komme ich da nicht durch Vielleicht Äh, probieren wir die mal aus Geht das? Komm schon Nein! Warte mal Oh, du musst mich einmal töten Sonst, äh Komm ich nicht zurück Das mache ich gern Dankeschön Es kann ja nur Eigentlich nur noch die linke Tür hier sein Yes, ich glaube Ah, Flo, das ist ausmacht Ich glaube, wir haben es geschafft Guck mal, hier So Okay, durch die kommen wir scheinbar nicht durch Vielleicht bei der hier Oh, nicht hier lang Die geht Hä? Die gehen einfach ein paar Sekunden später erst auf Was ist das denn? Oh mein Gott, da ist ein Creeper hinter Da wollen wir gar nicht lang Was ist mit der hier? No! Die geht auch verzögert auf Oh, hier schon Ja, guck mal Flo, Alter Was machst du da? Okay, das war's mit Flo Die Folge Die bleiben Yes Ich wollte gerade sagen Flo ist heute nicht mehr dabei Drück mich Okay, Flo Drück mich Komm her Drück mich Oh Ich werde nicht gedrückt Ich werde nur geschlagen Okay Au Warte mal, drück Ah, nee, Checkpoint steht hier Wir sind Oh mein Gott Hier sind die Wunder Rosen Aufgepasst Hier haben wir eine Kiste Und hier sind verschiedene Sachen drin Ich nehme mal die Karotten Eine Diamantrüstung Und Flo kann sich die Äpfel nehmen Mal schauen, was für eine Challenge hier auf uns wartet Dann gehen wir hier mal rein Oh Gott Da werden Zombies gespawnt Oh, richtig viele Oh, das sind sehr viele Wo kommen die alle her? Mini-Zombie Oh, Mini-Zombie sind gefährlich, Flo Flo, was machst du da? Nein Wie bist du da auch? Warte, ich kann dir helfen Oh, no, 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 no Es sind zu viele Ich habe halbes jetzt Was ist das hier für eine Hardcore-Base? Ich dachte, das wäre die einfache Base Zum Glück ist hier etwas Kuchen Oh, mein Gott Flo, wo nicht? Nein Oh, mein Gott Es werden immer mehr Zombies Ich lenk sie ab, ich lenk sie ab Oh, komm schon Du lenk sie ab, okay? Ich versuche sie hier zu töten Komm schon Oh, du brauchst Hunger Und dann? Kann man den Kuchen essen oder was? Meinst du das die Challenge? Ich könnte nicht was sonst Okay, okay Du hast vielleicht recht Hier ist ein neuer Zombie Ja, ich habe Hunger Yes Yes Ich habe meine Chilapartie entflogen Wir sind bei der nächsten Challenge Oh, nein Oh, mein Gott Guck dir das mal an Das wird hier nicht einfacher, glaube ich Guck mal, ich habe ein Geschenk für dich Was da? Eine Easy-Cheesy-Statue? Was? Warte, wo habe ich die? Oh, ist die süß Oh, mein Gott Wo hast du die denn her? Flo, die ist ja richtig funny Ob du gestorben bist Oh, okay Naja Scheinbar müssen wir jetzt auf jeden Fall diese Treppe hier rauf gehen Und hoffen, dass wir nicht sterben Geschafft Ausgetrickst-Treppe Checkpoint Flo Ich wette, es ist die Lava Oh, mein Gott Nein Oh, no Okay, das war auf jeden Fall nicht die richtige Äh, dann das Glas Wait Es ist das Glas, Flo Oh, nein Warte mal Nein Das, 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 das Das ist nicht der Oh, nein, nein Kugelfische Nein Nein Please Lass mich in Ruhe Helfe ich Ist es gerade aus Gerade aus Ich habe vergiftet Ist es das hintere Loch? Okay Ja Ich Oh, wir haben es geschafft Und Exit Das, meine lieben Freunde War die einfache Base Alter, Flo Es wird nur noch schwerer Was sind das hier für Bases? Weil, guck mal Da sind Dias Warte Wir könnten uns ein paar Dias fahren Hast du die Spitzhacke vielleicht Oder so? Guck mal Hier ist der Knopf Da kommen wir in die Base Dann, let's go Oh, yeah Die Hardcore Base Wartet auf uns Okay Du hast die Flo Base Gewählt Nein, das ist die Hardcore Ah, das ist die Hardcore Base Flo ist also Hardcore Tschüss Wait Warte mal Oh, my God Du hast mich voll rumgeschubst Gerade Checkpoint Hier kann man sich ein Checkpoint setzen Das war ja mega witzig Hier Guck mal Die Schleimblöcke Die schubsen einen einfach so rum Ans Ziel Jetzt du Richtig schön Okay Oh, nein Warte mal Glass Jump Oh, no, 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 no Schaffe ich den Sprung? Yes Ja, klar Komm schon Oh, yeah Das war easy Okay, nächster Checkpoint Nein Wir sind noch nicht einmal gestorben Flo in dieser Base Scheinbar jetzt Oh Oh Oh, das ist hart Hier an der Seite Wait Ich glaube Man muss mit voller Kraft Ja, das habe ich auch gemacht Ja, das habe ich auch gemacht Hättest du mich nicht vielleicht vorwarnen können, Mr. Chaos, Flo? Ich dachte, du bist ein Profi, nicht wie ich Ach, Flo Oh, weiß doch, dass ich ein Noob bin Ah, da bin ich Jetzt hier an der Seite vorbei Und Zack Ha Easy Die Sprünge haben sich wieder gespielt Wait, what? Oh, hier sind Schleimbleiben Ich wollte den Button noch drücken Nein Es tut mir so leid Bist du meinetwegen gestorben? Ja Oh, nein Aber mega cool hier die Base Warte, guck mal Kann ich nicht einfach so hier? Schau mal Zeig mal Oh Trickser Doomfos Okay Hier sind wieder Glass Sprünge Oh, mein Gott Die sind so hardcore schwer Ich glaube, es ist smart, seine Rüstung auszuziehen Weil dann stirbt man schneller, wenn man in Lama kommt Und braucht nicht so lange, um zu sterben So zum Beispiel Oh, ja Du hast eigentlich den Gast Hier irgendwo ist ein Gast in der Nähe Oh, mein Gott Der Spruch ist ultraschwer, ich sag's dir Ein kleiner Und Oh, oh Nein Willst du vielleicht vorgehen? Ich will dich nicht schon wieder schubsen, deshalb Du bist ja ein richtiger Pro Wie hast du das gemacht? Ah Nein Was war das leider? Okay Check Point Erreicht Das war schon hardcore Was ist da? Nein Nein, 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 nein Warte mal Bei uns sind Gas Flo Pass auf Die werden den Seelensand zerstören Da kommen wir gar nicht mehr rüber No Oh, mein Gott Wir müssen uns beeilen Und vor allem müssen wir gucken, dass der Seelensand nicht zerstört wird Durch die Gast Oh, mein Gott Komm schon Oh, nein Die Blanke sind richtig weit auseinander Aber du kannst die vorhin wieder zurückwerfen Stimmt Wir können versuchen, die Gast zu töten Dann können wir das vielleicht auch schaffen, diese Challenge Das ist echt schwer Okay, Gast Schieß mich ruhig ab Wir können es schaffen Oh, mein Gott Ich glaube, ich habe den Gast gekillt Ich glaube, ich habe einen Mit einem Schwert Oh, yes Mit dem Schwert Warte, guck mal, guck mal Ich kann dir einen Trick zeigen, wenn du willst Schau mal Ich glaube, wir sind auch Schau mal, du kannst Wenn du sneakend am Rand bist Ja Dann hast du keinen Sloaners Wirklich? Ja Wenn ich sneakend am Rand bin? Ja, wenn du quasi über einem anderen Block bist True Der kann man normal springen Es ist nicht mehr weit Letzter Sprung Und Let's go Wait, what? Es ist ein Redstone-Flugzeug Es ist ein Redstone-Flugzeug Warte mal Komm mal her, komm mal her Ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert Wir müssen den Beobachter auslösen Stell dich bei dem Zaun hin Oh, du solltest zum Zaun gehen Tut mir leid Es war wirklich keine Absicht Es tut mir wirklich leid Bin da? Genau, stell dich zum Zaun Und wir müssen jetzt, glaube ich Den Block hier abbauen Damit der Beobachter ausgelöst wird Okay, mal gucken, ob das Ganze funktioniert Und ob wir jetzt Ans Ziel fliegen Oh mein Gott Wir fliegen Wir fliegen wirklich ans Ziel Yeah Was passiert, wenn ich hier weggehe? Yeah Wuhu Guck mal, hier vorne ist Wasser Oh, Achtung Oh, das Flugzeug hat gehalten Du hast müßlich in mein Gefäck erbauen Ja, tschüss Echt richtig krass Was ist das hier? Ausgang Und wir sind am Ziel Yeah Richtig krasses Festes auf jeden Fall Schreibt gerne in die Kommentare Welche davon euch besser gefallen hat Wir sehen uns im nächsten Video Schaut bei Flo vorbei Bis dahin Und hasta la pasta Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin Vielen Dank.